Jetzt sind wir vorbeigefahren. Ich wollte doch filmen, dass da, Hotel Bauer, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist ein ziemliches Luxushotel und das ist das Hotel, in dem die Hartmanns, hießen sie, glaube ich, Esther und, oh Gott, frag mich nicht, Hartliebs, so hießen sie, die Hartliebs, in dem die Hartliebs im Herrn der Diebe wohnen, abgestiegen sind und da drin hatten sie dann auch den kleinen Bo mit einem Kindermädchen versehen und Bo ist dem Kindermädchen entkommen, indem er über die Balkone des Hotels davon geklettert ist. Daran erinnere ich mich noch, habe ich gerade beim Vorbeifahren entdeckt, dass das wohl das gleiche Hotel ist. Hier ist wieder Gondelhochzeit. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen, ehrlich. Es ist immer wieder schön, auch wenn mir persönlich die Hände abfrieren, wenn ich die Gondolieri ohne Handschuhe arbeiten sehe. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Es sind genau null Grad, also ich könnte es nicht.